Na ja, Alizea wollte Auto fahren und die Oskurung war schneller und hat mich schon umgestellt. Eieieiei, da klebt mir doch das nächste mal wenigstens Notiz dran. Ich will kurz da runter gucken. Oh, gehende Leere, so wie bei manchen Menschen. Naja, da ist noch nicht mal Licht an. Volle Leistung. Barrier 35, nein 40. Boah, Speedgeschwindigkeit. Lässt mich hier noch nicht mal über die starke Kante fahren. Ach man, ich hab gedacht, es ist nur so einen kleinen Jump. Ich geb die gleich an die Nerven. Nein, ich muss tatsächlich jeder halt davon fahren. Ah, er eindruckt, dass du mich abheben würdest. Ah, er ist auch schon tausendmal erzählt. Irgendwie leuchten die Steine hier so komisch. Kann man die abbauen? Ah nee, das ist mal ein Scheinwerfer. Loll. Ach nee, ich soll wieder aussteigen. Hatte keinen Zettel mit. Ey, gibt es genug Tritte? Nur ein Steinchen. Sobald der Rover hier nicht rüberfallen könnte. Ich stehe da mal wieder zu. Ah. Okay, da ist nun wieder ein Fliege zurück. Kann ich nach. Uh. Uh. Äh. Links. Äh? Da bin ich nicht bewegt. Wieso kann ich mich gerade nicht bewegen? So, ich bin schon am Maximum, oder wie? Ah, hier ist das Maximum schon. Cool. Äh. Jo, kurier dich noch gut aus, Manu, ne? Werd wieder schön gesund. Ja. Ich auch noch irgendwie. Hm, 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 hm. So. Hm, 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 hm. Sehr schön, Manu. Freut mich zu hören. Schön ausruhen, Brock trinken. Oder heiße Zitrone mit Ingwer. Und dann wieder. Okay, da scheint noch komplett in Ordnung zu sein. Ja, sieht neu aus. Der Lack sieht gut aus. Was soll denn das heißen? Da ist es noch nicht geflogen. Ich habe irgendwie so die Befürchtung, wenn die Anti-Mate angehen, ne? Geh mit rum. Grog wäre halt steiler, ne? Aber kannst du auch machen. Hauptsache du schwitzt und fällst. Wie sollst du? Ich werde dir alles erzählen. Hör auf einen Moment und hör. Ich werde nicht. Für Hitra, für fuck's sake. Mach es für Splooskos und Lendor. Du denkst, es ist ein 26er Tag der Mission. Juste nach dem Angriff auf der Base, das viele von dir in kritische Kondition. Aber die Wahrheit ist viel schlimmer. Milos lefte ein lange Zeit. Was? Wie sollst du... Du bist auch victim zu diesem Angriff. Die Mikrobot Cloud hat alle Träte von deinen Schildern geflogen. Deine Zeit ist wahrscheinlich gut. Das ist, bis zum Moment du sie gefunden hast. Du immer vergessen, was kommt nach dem. Ich habe Grund für glauben, dass es passiert während des Schildern. Als Ergebnis, du wiederholst den gleichen Tag, und wiederholst. Wunderschön für ein Backup, das nie wird. Die Mikro... ...Watt Cloud? Das ist Buhlshit! Ich weiß nicht, was du versuchen, zu erreichen, aber... Fokus! Rehitra! Wir haben bereits einmal mitgebracht. Wir sprachen in deinem Schildern. Du hast mich schon an der Schildern. Wir sind schon an der Schildern. Sie sind alle sterben. Sie haben liegen nebenbei für hunderte Tage. Du solltest gehen und schauen, warum Kontakt wurde verloren. Du solltest gehen morgen. Aber morgen nie kommt. Stop es! Ich weiß, dass es schwer für Sie zu glauben. Ich bin nicht gegen Sie. Ich komme zurück, um Sie zu helfen. Nein, ich versuche Sie. Ich benutze meine Schnauhe. Rohitra. Ich weiß, dass Sie mich nicht schrauben. Fuck! Wie lange? Wie lange bin ich hier? Gut, Sie sind endlich zu kommen. 428 Tage. 5 Tage. At least... ... das ist wie viele Male Male, Sie haben Ihren Nachmittag geöffnet. Das... ... das... ... das Cloud? Ein Ergebnis der Evolution von Inorganischen Beinen. ... das Geräusche. 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 Das Richtige. Das ist wie es sch personalized zu unseren Bauchern teams. Unsere Roboter. Und alle Maschinerie. Ich will das nicht ange natives, aber wir haben eine Problem. Die Cloud wird j Afghanit. Jetzt schon. Ja. Es가 inbauen. Hurry, ich lasse. Copy das. Was ist passiert? Wer ist mit jemandem? Das ist jemandem, die ich信. Und er sagt, dass es hier sehr heiß wird, sehr schnell. Wenn du nicht mehr mit der Gläufe möchtest, ich empfehle mich für die Hälfte. Du sagst, dass es hier bald wird? Wir gehen. Kann er durch die Forstheilung? Hey, hey! Was hast du zu tun? Ich bin fertig. Keine Ahnung. Keine Ahnung. All das bleibt ist Revenge. Astrichator. Ich denke, er will es fighten. Wonderful. Kannst du ihn irgendwie stoppen? Du hast Probleme für beide. Ich glaube nicht. Er hat bereits aufbauen. Ich verstehe. Wenn du ihn nicht möchtest, kannst du ihn mit ihm. Du hast eine bessere Chance zu leben, wenn du zusammenhängst. Hey! Uh, du! Was ist dein Name? Jasna. Ich bin... Ah, was auch immer. Du kennst es schon. Mann, ich wollte nur abholen. Aber es kann alles fliegen. Also von da her. Äh... Ich dachte so. Hier. Geh es. Du kannst es helfen. Du kannst es helfen. Du kannst es helfen. Ich werde es helfen. Ich werde es helfen. Okay. Okay. Äh... Kann ich irgendwie abspeichern oder so? Ich möchte nicht schießen. Oh. Oh. Aber ich soll schießen. Oh. Affirmativ. Ich sehe es. Okay. Was passiert, wenn ich nicht schießen? Ich möchte eigentlich nicht auf die schießen. Ich gehe jetzt auf die Schmacht. Ich gehe jetzt auf das Schmacht. Viens nach die Schmacht. Ich gehe jetzt auf's. Und dann auf's. ... oder wo ist das Schmacht? Oh, ein krasser Spektakel. Oh, super intelligent, die schwächste Stelle an einer Kuppel anzugreifen. Wie gesagt, ich will nicht schießen, ich will wissen, was passiert. Will ich nicht auf dich schießen? Oh! Damn! Du hast mich begonnen, Rehichitra. Ich kann nicht glauben, dass du mich in das gebracht hast. Der Receptor ist, dass er zuerst in die Schreien für dich ist. Der Aztro-Biologer ist nicht gut bei Schreien. Unglaublich. Das ist das, was du denkst. Running away is the most reasonable option for me. Maybe it's time. Nee, nee. Rehichitra. Eh, nein, dass geschossen wird. Die Becker aber auch ganz schön, ne? Er ist weg. Ich kann aber leider nicht Müller wechseln, ne? Ne Lappen. Oh. Oh. Die Becker, ja? Ha. Good one. You couldn't warn me before you took her off some place. Where are you? Geben over? Nee, ich liege. Die Becker. Ja, ein Schiff. Scheib. Ja, ich bin. Ja, du musst. Geben durch. Ja, du musst. Ja, du musst. Die Becker ist ja schon vorbei. Wohst du dich denn? Wir müssen hier noch nicht mehr machen. Wir können hier nicht mehr. Es sind zu. Wir müssen匯gehen. Wir müssen müssen uns. Aber, woher? Ist es nicht obvious? Condor! Ich weiß nicht, was ich so gut ist, oder? In addition to the Derox Forcefeel, it has the Amtibatter Spirits of Blaster. Wait! Haven't you had enough? It might be time to hide and consider other options. You must be kidding. I'm not going to sit on my ass in the dark. Now I finally know what happened. I see you're not going to listen to me either. Because there's nothing to talk about. Look, you're giving you a simple choice, Yastam. Are you going or not? Go where there could be water, medicine, resources, or stay here to die. Wow, such a hard choice. I hope I won't regret it. Too bad you didn't mention earlier that you had a working saucer. We could fly to Condor right away, or even into orbit. Working is a big word. It's just a tin can with a couple of sputtering engines. Controlling it, technically doesn't work. Somehow it does not surprise me. Let's fly. Just a minute. I'm waiting for the Forcefield to shut down. Which should be soon. Oh, it's a tin. Oh, it's a tin. Hold on, was it? Ich glaube, ich habe die Condor gefunden. Ich glaube, ich habe die Condor gefunden. Oh, das Ding hat ein paar Kratzer. Was die Versicherung übernehmen wird. Oh, das Ding hat ein paar Besucherungen übernehmen. Sure thing. So many tons of steel. Wow. It's impressive. The Condor? Yes. Oh, majestic in the pictures. In real life too. I think I know where a Hitcher is. Ich will in extra, but at this moment, I won't chier. I have a collection using one of the devices on the ship. I'm sure you'll find one in the command bridge. I'll find that radio. No worries. He's a Freud. So, it's a Zuclo. Ah, so that's their marvel of military technology. Hitcher wastes no time. Is it attacking already? For now, he's only released a Cyclops, as they call it. The hell does he think? It's floating majestically, three meters above the ground. Ah, what does it look like? Just admit that I haven't seen any pictures of the Cyclops. The Alliance tried to keep its existence a secret. It's big. Bigger than a transporter. Its launches are hidden for now. But for some reason, it gives off such an unsettling impression. Does it make any sounds? No. It's big and quiet. Ah, well. Only we could hold of its Blueprints. This is hardly the time, Astrogator. Yes, yes. Another time. I need to focus on the plane. 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 If they could already have the other machines so a bit umpolen, ne? He said not, that they could also do the plane umpolen, ne? I need to focus on the plane, Astrogator. I don't want to focus on the plane. There's one more thing, Yastra. And this is important. I'll be able to confirm it in a while. But so far everything indicates... What is that, Astrogator? Headquarters were right about the invincible. It's actually flying here. If I'm reading the message correctly, they'll be here in a few days. They're looking for the missing Condor. And they have no idea of the danger. Everything makes sense now. They were coming to rescue their people. From the very beginning. Not to gain some imaginary advantage over us. One doesn't exclude the other. But yes. Turns out it's mostly about the Condor. Naja, so ein fettes Ding würde ich auch nicht gerne auf irgendeinem Planeten lassen und, äh, ne? Alles klar, Lisea. Schön, dass du da warst. I'm entering the cargo hold. Wish me luck, Astrogator. Good luck, Yastra. Good luck, Yastra. Andere muss ich da irgendwo rausretuschieren. Ah, jetzt ist es verschwunden. Oh, dann will ich nochmal mitmachen. Hihi. Ist das besser? Well. Bye. Oh, Chung- Andere. Untertitelung des ZDF, 2020